Hallo und herzlich willkommen zu unserem Minecraft-Leben mit den Fabi. Hallöchen. So. Wir könnten jetzt hier hinten auch noch weiterbauen. Hier steht vielleicht kein Baum mehr. Den stützen wir. So. Hier könnten wir. So, noch wegbauen. Activated. Hm. So. Jetzt geht's, wo wir reconnected sind, ne? Ja. Also ich hab jetzt genau auf der Grundstücksgrenze gebaut. Und? Ne, gehört auch noch. Gehört noch mehr. Ne. Doch. Ne. Da stand jetzt Austria im TV, weil du ja halt mit gemietet hast. Also. Ach, schon so miete. Mit hier arbeitest. Man stand da an Members und ich hab aber einfach nur gelesen. Ich dachte dann jetzt, das wär dein Gebiet. Das ist auch. Ähm. Ja. Hat das eigentlich zu kurz gebaut. Das Haus. Schame dich. Ja. Was. so super da muss das hin da muss hier der Wand hier so ne Stelze hin oh äh Armantor so fehlt genau ein Holz wow fast so Orsi ich hab schon mal so das Grundgerüst von der Scheune gebaut schön find ich auch ähm möchtest du nicht weitermachen? weißt du auch so du craftest ne Schokolade für Geld habe gut äh was brauchen wir jetzt brauchen wir irgendwas woraus am Fenster machen oh das sieht so ähm so ähm so ähm so ähm so ähm Ehm, man, ein Problem, was man soll. Du? Ja. Kannst du vielleicht unten irgendwie ne... ...eine Karei oder sowas vielleicht? Packe, Packe, go und auf A, W, das Guck. Also jetzt bitte erstmal nur Tiere anschleppen, wie Schafe oder Schweine oder Hühner. Weil das Problem ist, oben da passt kein Pferd und keine Kuh durch, weil ich nur ein einbreites Tor habe. Also Schafe und Hühner. Schafe und Hühner dürfen angeschleppt werden, falls du das machen wolltest, möchtest, wie auch immer. Kommt, hey, mein Küken. Kommt, Küki, Küki, Küki. Äh, du, äh, Rapids. Was? Rapids. Was willst du mit nem Hasen? Was denn? Da, Schafe! Ja, komm! Hast du eine Rolle dabei? Äh. Ja. Walzen, ja. Ja, dann ist ja gut. Hast du ein Geheg oder sowas? Wenn alles gut ist, habe ich drei Schafe dabei. Wenn alles gut läuft, dann muss ich ihn nur in den Stall bringen. Gut. Ähm, so, da kommt so ne komplette Wand rein. Wobei, da... Boah, ey, das ist voll die geile Idee. Ja, bei mir schau. Hier kommen Türen rein. Und da kommen, äh, und die Türen führen zu so nem kleinen Außengehege. Wobei, ich weiß nicht, wie weit können die da überhaupt noch raus. Ja, das geht eigentlich. Dann können wir hier noch so ein kleines Gehege haben. Das ist geil. Fabi, Platz da! Der T-Express kommt! Einfach hier rein. Alter, Alter, Aussi, du bist ja richtig beliebt bei den Viechern. Hallo? Ähm, ähm. Ups, aua. Hey, wie ist denn der eine... Bewegt sich gar nicht viel? Hallo? Du musst kurz warten, weil der hat nicht... Wenn er dich verloren hat, dann braucht er ganz kurz wieder die Zeit, bis der dich... Brauchst du Respektschel oder wat? Ey! Warte, ich bring einfach welches mit, weil der... Nein, 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 ist gut. Du hast gar keins mehr hier drin gelassen. Weiß ich. Gib mir mal einen, bitte. Nee, jetzt haben... Geh mal da weg! Mann. Der kommt. Du ist scharf. Die anderen drei stehen da irgendwie. Das sind zwei. Und die ganz bestie. Ja, keine Hä? Was... Normal kann man Tiere nicht so übertrieben schieben. Auch nicht in Minecraft. Hey, hallo, hallo! Schau aufzulaufen! Eins drin. Äh, hallo! Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Mann, ihr Viecher, kommt da einfach hier rein! Kommt da einfach hier rein! Viel Glück hier! Sehr schön! ich wollte es halt dass sie laufen mann du bist scharf du bist richtig bock weißt du das bis auf die karriere farbe ja was ist alles gut und setzt du miss scharf zwei stück sind drin ja scheiß ist egal zwei ist hauptsache was denn was du sagst da hier kommt so eine tür rein dann kommt hier noch so aussieht als ob das fachwerk wäre so ein bisschen jetzt muss hier nur noch ein dach drauf und aufs dach kommt unters dach kommt so ein heuschober also so ein so ein so ein heizenboden fabi fabi ja wenn alles gut läuft habe ich drei chicken du scheiße alter wo sollen die denn jetzt mal hin weißt du hast gesagt entweder chicken oder schabe und ich habe noch beides doch immer viel besser ja ich hoffe das geht ja gut habe ich wenn ich glaube wenn ich glück habe dann habe ich jetzt direkt ein gehege für die daneben wenn ich habe ich auch kann ich auch fünf scharf in der runde du willst wenn du die hier durchkriegst kein problem nee das ist die querein nein 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 ich bin allein an dir also da bin ich raus aber warum dringend mehr holz alter ey komm her chicken ja du bockiges chicken alter aber nach barriere farb wenn du nicht mitkommt ist egal dann wirst du gleich geschlachtet er der mir hier doof kommt wird geschlachtet er damit der mir doof kommt wird geschlachtet sofort ist auch geschlachtet werden und du musst du komm mal lieber auf dem dachboden er holen dann mit dem chicken ja gut und dann ist direkt hier vorne in der box für das chicken nein jetzt hat es dich gesehen farbe jetzt hauts ab komm hallo du musst schicken jetzt kann es mich nicht ich hab dir ein ziel hingedroppt dann kannst du es rein machen komm herr chicken 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 genau kann aus ganz brav schön schatten auf schatten zu viel spaß da und müsste noch eine ziehe verteilen schön jetzt mal Babychickens und Babychick sind damit weiter gepflanzt Ich glaube, wir bauen als erstes so eine bestimmte normale Farm, oder? Das ist so eine Halte, weil dazu fehlt ein bisschen Redstone. So, und ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Datta, und dann ein bisschen Busschen, und ein bisschen Sticky. Und dann, 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 dann. So, dann brauchen wir davon. Und dann Datta, und dann Datta. Wo waren das sie? Äh, hier unterm Baum, hier. Hi. Ah, da. Unsere geheime Farm. Wächst das überhaupt hier dann? Was? Ne, da unten würde ich es nicht machen. Ne, warte mal, ich hole mir einfach einen Eimer, und dann... Ich wollte gerade sagen, also einen Eimer sollten wir genug haben. Ja, haben wir. Oh, fuck, ich hab's falsch gemacht, ich hab ein Fanscape gemacht, und kein... Überall noch ein Stecker Eisen oder so. Oder? Äh, na, ne. Doch. So. Ach, warte, das... Hast du das schon mit dem Eimer Wasser geholt? Ja. So. Ups, der ist falsch. Danke. Ich kann's ja hier reinmachen, oder? Ist auch scheißegal, oder wo ist denn? Oder? Ich mach's nur deinen Öfen. Hier. Ne, warte, warte, komm nach hier oben. Dann kannst du hier direkt so ein bisschen... Was hier an den Wasser laufen? Ja. Bis hier hin? Bis zur Säule, oder wohin? Ja. Ganz ruhig bis zur Säule machen. Okay. Weil, ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen, und was, und wie... Besser etwas zu viel, als wie... Ich hab' zu viel, kann man die haben. Ja. Ja. Mensch, der kann ich immer noch verkaufen. Ja. Oh, wenn Skosch jetzt mal fast... Nichts bringen wird, aber egal. Ich denk' mal, wir werden nicht mal Überschüsse haben. Ja. Ne, warte, da baue ich jetzt aber ein normales Holzdach, weil sonst brauche ich das viel zu viel Holz. Irgendwo nicht mal fahren. Stopp, stopp. Äh. Vier reingehen. Ach, ne. Ja. Ja, okay. Ne, ist dann nicht ganz, ist okay. Ja. Mach. Mach ich hier gar keinen Weg gerade? Nein. Boah, dann geht das auf dem Server nicht, oder? Ja, geil. Egal, dann müssen wir da irgendwas anderes ausdenken für den Weg. Kies. Ja, zum Beispiel. Das wird ein richtig gemütlicher Heuschober hier oben. So, er sagt eine Reihe Kartoffeln, eine Reihe Karotten, eine Reihe hier Weizen. Was soll die nächste Reihe? Äh, Kartoffeln, Weizen, Karotten. Ja. Ja. Rote Beete aber haben wir noch nicht. Ja. Und im Dorf steht eigentlich auch kein. Ich kann kurz gucken gehen, wenn du willst. Ja, dann ziehe ich da einfach nochmal Walzen an. Ja, ist ja egal. Keine Weizen haben wir. Auf jeden Fall auf Lager. Ja. Ah, cool, klar. So. Ne. Ja, weder Frösse hat man schon. So, ähm.